Hallo und herzlich willkommen bei AppService. Ich möchte heute mal den letzten Teil meines Giveaways auflösen und zwar hatte ich noch eine Fortsetzung hochgeladen, in der ich das pinkene Case noch verlost habe und heute möchte ich das auflösen, weil einige Leute teilgenommen haben und ich werde den random.org Number Generator benutzen, den gibt es auf der Startseite von random.org, da kann man hier die Anzahl eingeben von Kommentaren in meinem Fall und kriegt dann eben hier eine generierte Nummer, Zufallsnummer. Ich werde das jetzt mal vorführen mit 550, so viele Kommentare sind es allerdings nicht, minimal 1 und maximal 550, das wäre Beispiel von 1 bis 550 Kommentaren, Generate oder Generate und 101 wäre das Ergebnis, wenn man nochmal drauf drückt, kommt eine andere Zahl und das ist eben der Beweis, dass eben immer unterschiedliche Nummern kommen. Den werde ich jetzt benutzen, indem ich einmal hier auf alle Anzeigen klicke. Ich werde alle Kommentare zählen, auch die, die nicht gewonnen haben, also die nicht teilgenommen haben quasi und auch die, die ihren Kommentar entfernt haben werden. Und zwar werde ich jetzt alle 23 Kommentare werten. Ich gebe also hier ein, minimal 1 und maximal 23 und wenn ich jetzt auf Generate drücke, dann kommt die Zahl raus und dann werde ich von oben bis nach unten durchzählen. Wenn das kein Teilnehmer war, dann werde ich das Ganze nochmal machen, so lange bis eben dann der Gewinner feststeht. Ich drücke jetzt auf Generate und die Zahl ist 13. Schon mal herzlichen Glückwunsch, wer weiß, der Nummer 13 ist. Ich werde jetzt runterzählen, das kann ich direkt so live machen, weil das nicht so lange dauert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, dieser Nutzer hat nicht teilgenommen, weil er sogar schon was gewonnen hat bei mir. Deswegen werde ich das gerade nochmal machen. Generate und die Zahl ist 15. Das heißt, eben war der Nummer 13, 14 und 15. Giveaway, ich will es, hat geschrieben, Classic X 33 vor einer Woche. Herzlichen Glückwunsch für deinen Gewinn der pinkenden Case. Ich werde jetzt einmal zwei Bilder einblenden, wie ungefähr dieses Case aussieht von der Farbe. Kleine Anmerkung, der iPod ist natürlich nicht im Lieferumfang mit enthalten, sondern eben nur das Case. Das habe ich eben nur gemacht, damit man sieht, wie es dann am iPod aussieht. Also Classic X 33 hat gewonnen. Du sendest mir bitte eine Nachricht, beziehungsweise ich habe dir schon eine persönliche Nachricht geschrieben, in der ich dich aufgefordert habe, mir die Adressdaten etc. zuzusenden. Und das würde ich dich einfach bitten zu tun. Dann kann ich dir das schnellstmöglich zusenden. Also einfach deinen Namen und deine Adresse mir zusenden und schon schicke ich das los. Ich denke mal Anfang der nächsten Woche, wenn ich dazu komme. Briefumschlag und Briefmarke habe ich bereits. Also das kann ich dann auch demnächst abschicken. Ich brauche eben nur die Adressdaten dazu. Und wenn du mir das zusendest, wäre das richtig klasse. Dann kann ich das in der nächsten Zeit dann gleich losschicken. Alle anderen, ich werde auf jeden Fall weitere Giveaways machen. Bald habe ich ja 400 Abonnenten erreicht. Da werde ich voraussichtlich kein Giveaway veranstalten. Aber auf jeden Fall bei 500 kommt wieder eine größere Sache und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und guckt mal bei meinen anderen rein, wenn euch das gefällt, dann abonniert mich doch einfach hier oben über meinem Video. Auf Abonnieren klicken. Dann bekommt ihr jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade gleich dieses Video auf der Startseite angezeigt. Und somit könnt ihr das gleich sehen, wenn ich was Neues hochlade. Also wie gesagt, wenn ihr das möchtet, einfach draufklicken. Ansonsten bedanke ich mich nochmal an alle Teilnehmer, auch von meinem anderen Teil des Gewinnspiels. Und nochmal Trost an alle anderen, dass ihr nicht gewonnen habt. Ich werde auf jeden Fall weitere Giveaways machen. Und dann gewinnt ihr bestimmt auch mal. Gut, ich bedanke mich nochmal. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!